Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grit 2 Underground Grit 2 Underground, what the f... Egal, Need for Speed Underground 2 Und wir hatten in der letzten Folge irgendwas gemacht, was ich schon mal vergessen habe Aber ich sehe auch, wir haben wieder hier überall Rennen Oder besser gesagt, immer noch Und mein Plan ist es jetzt erstmal hier oben ein bisschen was wegzufahren Dann sitzen wir, dann sitzen wir, okay, wir fahren andersrum, wir fahren hier rum Da fangen wir nach oben und dann fahren wir irgendwann wieder nach unten Das ist doch schön, ne, oder? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich in der letzten Folge gemacht habe Da ich ja immer so zwei, drei Folgen aufnehme Motorbremse, blablabla Und dann gucke Wie weit ich Komm ich hier nicht durch? Nein, natürlich nicht Wie weit ich damit komme Da ich ja auch noch FIFA zotteln muss So und so weiter und so fort Warten wir hier noch irgendwas Neues, ich glaube nicht Das einzige Neue, das wir hatten, war das GTI Special Magazin Und nein, ich möchte jetzt das dann nicht mitnehmen Weil Geld, Kohle bräu ich nicht Und Wir möchten auch jetzt mal langsam aber sicher Richtung Ziel gerade fahren Das kann man wortwörtlich nehmen Und Dafür Müssen wir dann erstmal unsere Hauptdrehen abschließen Ja, ich habe heute Was haben wir noch heute? Montag? Ich Montag, ihr Dienstag, jawoll Und heute Beziehungsweise für euch gestern Ist auch State of Decay Endlich gestartet Und ich muss ehrlich sagen Ich habe mir von dem Spiel Nicht zu viel versprochen Weil ich finde es geil Ich finde es echt geil Wobei Die Abrechnungen In Echtzeit passieren So wie ich das jetzt gerade mal Gesehen habe Also die Abrechnungen Damit meine ich Munitionsvorräte Und Pipapo Und das finde ich dann doch Ein bisschen nervig Weil so musst du Bist du gezwungen Definitiv jeden Tag rein zu gucken Und das heißt für mich Wenn ich wirklich mal Ich weiß nicht Zwei, drei Stunden aufnehme Was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe Und dann mal zwei Tage nicht reingucke Könnte das von den Vorräten Verdammt eng werden Aber wir sind ja noch nicht so weit In dem Spiel Von daher mache ich mir da jetzt Gerade mal keine Sorgen drum Sondern wir konzentrieren uns mal Auf Need for Speed Ja, ein Thema nebenbei noch Und zwar Bundesliga aktuell Nein Was haben wir denn? Was haben wir denn? Am Wochenende lief die Bundesliga Ja So kurze Info kann ich ja geben Leverkusen zu Hause gegen Bayern Ein ganz knappes 1 zu 1 Jeder der das Spiel gesehen hat Ich habe es live gesehen Und ja Ich weiß nicht Also mir standen glaube ich Fast 70 Minuten des Spiels Einfach nur so die Tränen im Gesicht Wie Bayern uns dominiert hat Und da gibt es halt auch keine zwei Meinungen zu Ja, Bayern war definitiv besser Haben uns nach Lust Und Laune dominiert Dass wir dann aber am Ende Keinen Freistoß mehr bekommen haben Auch wenn die Bayern vielleicht jetzt sagen Ja, sei doch lieber froh Dass ihr nicht 5-0 oder sowas zurückgelegen habt Wenn ihr erst mal seid Sorry, aber Das Ding war ein klarer Freistoß Und Da hätte vielleicht noch mehr rauskommen können Aber Das wäre jetzt zu viel Das Rumgeweine Von daher sagen wir 1-1 Gerechtfertigt zum Ja, doch Aber halt nur indirekt Wenn Bayern zu dumm ist Ihre Chancen zu benutzen Komme ich hier nochmal rein Der fuck Mann, Mann, Mann Wenn Bayern zu dumm ist Ihre Chancen zu nutzen Können wir da auch nichts für So sehe ich das Und gut ist Sprintrennen Jawohl Ja Ich muss aber auch dazu sagen Bernd Leno hat Ich weiß es nicht einfach Das war Hammergeil Wie der junge Kerl Ja U1 20 Nationalspieler Die Bälle da aus dem Tor rausgefischt hat Das war Das war schon Oliver Kahn würdig Muss man so sagen Weil Der hat auch Mal Richtig Geil gehalten Der Kahn Aber das war schon Hammer Was der herausgeholt hat Nichtsdestotrotz Ein Punkt ist gut Für uns Ein Punkt ist gut Für Dortmund Die ja 2-0 Zuhause In 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 Mönchengladbach Was gab es noch so Spannendes Nürnberg Verliert zuhause 5-0 Gegen den HSV Ich habe jetzt gerade Also in der Bild-Zeitung Stand noch nichts Von Trainerentlassung Bei Nürnberg Die Frage ist halt wirklich Lässt sich Nürnberg Jetzt noch weiter Auf den jungen Trainer Ein Oder Vielleicht Gehen sie ja doch Nochmal getrennte Wege Wobei ich da noch Nicht ganz so dran glaube Bei Braunschweig Hält die Taktik Ja auch auf Von wegen Die behalten Erstmal den Trainer Die war bei Düsseldorf Auch relativ erfolgreich Bis zum Abstieg Danach haben sie dann gesagt Nö Wohnt sich nicht Was ich teilweise halt mal Wirklich Ja Also man kann es Nicht immer Am Trainerfest machen Ist nun mal so Es klingt auch Wie eine alte Floskel Aber Man kann nicht sagen Hey Der Trainer hat uns Zum deutschen Zweitligameisterschaft Geführt Oder Zum Aufstieg Geführt Und im Nächsten Atem So sagt man Ey Die Flachweife Hat nichts drauf Ja Das hat Düsseldorf Letztes Jahr mit Meier gemacht Das Der Nachteil war halt Dass sie dieses Jahr Nicht besser dastehen Wobei Letztes Jahr Haben sie in der Hinrunde Richtig geilen Fußball Gespielt Also da war Düsseldorf Mächtig stark Und in der Rückrunde Haben sie abgekackt Vielleicht Machen sie es Dieses Jahr andersrum Und vielleicht Reicht es ja dann noch Um den Klassenerhalt In der zweiten Liga Zu spielen Wobei ich Ich arbeite hier mittlerweile In Düsseldorf Letzten Freitag Den ersten Arbeitstag Und da sind halt Viele Düsseldorf Fans Aber das versteht sie ja Normalfall von selbst Dass man in der Stadt Nein 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 Größtenteils Ach komm schon Größtenteils Fans Ach Fuck you Größtenteils Fans Der eigene Mannschaft hat Beziehungsweise Der Stadt Über Victoria Köln Etc Brauchen wir nicht reden Weil Victoria Köln Wobei die sind auch stark Momentan In Liga Nummero Drei Oder ist Victoria Köln Vier Ne Victoria Köln Müsste 4 sein Aber wir waren ja bei der Bundesliga 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 Schalke gegen 4 1 Wenn wir das Schalke nochmal spielen Gegen Augsburg Genau Gegen Augsburg Ja Augsburg führt 1-0 Kassiert dann Rot In der 10. oder 11. Minute Rot Plus Elfmeter Und schon sind wir wieder In Deutschland Bei dem umstruggenden Thema Rot-Notbremse Ähm Macht der Torwart Eine Notbremse Kann der Schiedsrichter Geld geben Kann Muss aber nicht Ähm Aber naja Ja gut Dortmund hat es jetzt auch getroffen Mats Hummels Hat Rot Kastiert Ich habe das Spiel Nur teilweise gesehen Naja Rot Plus Elfmeter Ist halt immer Sehr kritisch Vor allem da Der Spieler Dann auch Definitiv In dem nächsten Spiel Fehlt Naja Aber man kann jetzt auch nicht alle Bundesliga-Regeln Oder alle Fußball-Regeln Auf den Kopf stellen Weil da ist immer so Ja Ja Ne Kannst jetzt nicht in Deutschland Sagen Hey Wir ahnten die rote Karte Nicht mehr so Wie mal Die in England Oder sowas Ahnt Aber was machen wir denn In der Champions League Nehmen wir da Die deutsche Regeln Nehmen wir da Die englische Regeln Nehmen wir da Die Was weiß ich Die spanische Regeln Sobald die Leute anfangen Ihre eigene Regeln Zu machen Könnte das wirklich Böse enden Vor allem in so einem Internationalen Geschäft Fußball Ach ich hasse Kurven Ey Wer baut denn bitte Solche Kurven Ohne Spaß Aber dieses Mal bin ich Zum Glück nicht Hängen geblieben Aber ich sollte Den Tag nicht Vor dem Abend Loben Ich weiß Ich weiß Ich weiß Wow Crazy Abkürzung Und es reicht Jawoll Ja Erstmal geht In jedem Anfangen Ja Wir kriegen Immer noch Rufpunkte Alles schön und gut Aber naja So Zum nächsten Wann haben wir denn Sprintrennen Ja Ich versuche jetzt mal Ein bisschen Wieder Zwei Drei Folgen Aufzunehmen Weil ich gleich noch Ein bisschen was Zu erledigen Aber wir gucken Einfach mal Wie weit Wir kommen Wie lange Wir aufnehmen Können Etc PP Und Ja Formel 1 war auch Am Wochenende Was ich mir Dieses Mal Nicht angeguckt Weil Ich gucke Formel 1 Relativ gerne Aber wenn ich schon Jetzt Vier Wochen Beziehungsweise Jetzt noch Drei Wochen Frühschicht habe Da muss ich nicht noch Am Wochenende Um vier oder Fünf Uhr Aufstehen Um Formel 1 Ich habe mir nur ein bisschen Highlights angeguckt Mark Webber hat mal wieder Frühzeitig dann auch Abgestellt Das wurde ihm glaube ich Zu heiß Unter dem Arsch Ja Also der Red Bull von Mark Webber Hat angefangen zu brennen Auch eine schöne Sache Ja Alonso Hatten nur noch Theoretische Chancen Wobei die hatte er auch schon Vor dem Letzten Oder vor vorletzten Theoretische Chancen Auf den Titel Sollte Viertel Erster werden Und Alonso Maximal Neunter Ist das Ding gegessen Relativ früh Aber ne ja Naja Man guckt halt nur Formel 1 Um nur noch Viertel Sieg zu sehen Das andere ist Ist doch langweilig geworden Entschuldigung Mann 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 Der Winter kommt Der Winter kommt Ich merke es So Da haben wir das nächste Rennen Ich merke es daran Dass ich morgens Wenn ich wirklich um Ohne Spaß Navi Hast Wenn ich um 5 Uhr Aus dem Haus gehe Ja Ich kann es später aufstehen Beziehungsweise aufstehen Nicht unbedingt Äh Ja doch Also ich bin ja vor Zur Frühstück Um 4 Uhr gestanden Jetzt kann ich mittlerweile Bis halb 5 Klingt nicht viel Aber es ist definitiv Viel Und Ja Wenn ich morgens ins Auto steigt Das erste was angeht Ist die Sitzheizung Eine Standheizung Wäre natürlich auch was Feines Aber Naja Man muss Foto 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 Das ist die Sitzheizung 1200 Euro sind schon eine Stange Geld Von daher lasse ich es dann mal sein Dafür habe ich meine Sitzheizung Ja Also eine Sitzheizung ist was Feines Also wenn ihr irgendwie ein Auto kriegen könnt Mit Sitzheizung Ist schön warm am Arsch Und dieses Gerücht Dass man davon impotent wird Naja 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 Ich glaube es nicht Und wenn doch Werde ich es irgendwann sehen Und ich Kinder haben möchte Kriegen sollte Meine Freundin schwanger ist Oder so Da sind wir schon wieder bei einem Thema Was hier eigentlich im Normalfall Was machst du da Audi Was im Normalfall hier nicht gehört Jetzt habe ich mir gerade eine Nase gekratzt Und habe dabei mich komplett verbremst Das ist natürlich auch so schön Aber die Strecke ist schön kurz Also falls wir noch mal fahren müssten No problemo sir Das war ein Scherz mit ihm noch mal fragen Hau los ab Deckenkopf Hau ab Hast du ab Verdammt eine haben wir noch Also können wir nicht mal richtig gut verbremsen Ja die Battlefield 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 4 Demo Beziehungsweise Beta Ich habe zwar schon Abschlussfeedback dazu gegeben Aber es ist sehr interessant gewesen Aber irgendwie freue ich mich selbst viel mehr auf Call of Duty Weil da ist ja mal ein richtiger Umschlag angewacht Zumindest von der Entwicklung her ist da ein richtiger Umschlag angesagt Was im Endeffekt dabei rauskommt oder nicht dabei rauskommt Das werden wir dann erst zum Release sehen Da ich wahrscheinlich keinen Zugang zu Beta haben werde Oder sagen wir mal so ich werde keinen Zugang haben Nicht wahrscheinlich sondern ich werde keinen Zugang haben Zumindest wüsste ich jetzt nicht wo ich noch kurzfristig Irgendwoher einen Beta Zugang bekommen könnte Ich weiß gar nicht ob die Pre-Order Leute einen Beta Zugang haben Oder überhaupt irgendwer einen Beta Zugang hat Das war schon wieder Street X Sieht so aus, ne? Ja Sehr schön dreht euch mal selber Ich hab gesagt ihr sollt euch selber drehen Oh man Also die Street X Rennen, die sind manchmal wirklich crazy Jawoll Nein, warum drehst du den denn, du Idiot? Autsch Ja So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr Kommt davon, wenn man auf die Minimap achtet Wow, ich hasse es Finger weg von W, A, S, D Ich weiß nicht, wie oft ich mir das noch sagen muss Ja, ich hab gerade aus Versehen noch ein D gedrückt Und dann hat er einfach mal auf A Hab ich da schon Und dann lenkt er einfach mal das, was er gerne möchte Und zwar nach links Hallo Alter Falter Alter Falter Deluxe Das Rennen ist verdammt knapp Ist etwas länger und verdammt knapp Sowas gefällt mir eigentlich nicht Ich hab schon wieder auf D gedrückt Mann, 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 Mann Ja, das ist so eine Angewohnheit, die Finger auf W, A, S, D zu legen Das ist mal durch, aber okay Einfach mal mit Vollbremsen trotzdem in hier ab Sehr schön Wir haben eh noch eine Runde noch, eh noch zwei, anderthalb Runden haben So Wer hat denn am Wochenende noch alles in der Bundesliga gespielt? Frankfurt, Freiburg, in Freiburg 1-1 Relativ spät ist das 1-1 gefallen Joa Was mich halt ein bisschen wundert ist Freiburg als Europa Cup Teilnehmer Beziehungsweise UIVA Europa League Den Europa Cup gibt's ja nicht mehr Äh Dimpelt glaube ich auf dem vorletzten Platz rum Kommt gleich, wenn ich wirklich irre mit Braunschweig Naja Das heißt, also Ich weiß nicht wie lang Ähm Freiburg Die Doppelbelastung standhält DFB Pokal Europa League Bundesliga Wobei das nächste Europa League Spiel Ist glaube ich erst Im Dezember Oder Ende Oktober Ist das nächste Stimmt gar nicht Das nächste DFB Pokal Spiel ist Anfang Dezember So, so war das Und Am 24. und 25. Oktober Müsste das nächste Europa League Spiel Für Freiburg und Frankfurt sein Oder halt an einem Tag vorbei Ich weiß nicht genau Ne Europa League ist glaube ich Nur Donnerstags Also Nur am 24. Champions League am 22. 21. Natürlich sehr interessant Ich habe am 22. Frühschicht Und am 23. Spiel Wir zu Hause gegen Schottladunetz Ein Big Point Match In der Champions League Definitiv Weil Wenn wir keine drei Punkte holen Was haben wir hier? Sprint? Jawohl Downhill Wenn wir gegen Schott Da keine drei Punkte holen Tja Dann machen wir erstmal den Downhill Ich bin noch knapp vorbeigelüftet Nur so am Rande Ich bräuchte 200 Verdammt Glück gehabt Ich brauche ja nur 260.000 Hunde Habe ich doch ganz locker gewürftet In einem In einem Hier hatte ich schon mal Ein Drift von 95.000 Ach verdammt Na komm Nein Ich hasse Driften Ich hasse es so Naja Das gibt es nicht Vor allem du willst den Wagen abbremsen Es passiert einfach nichts Wenn die Karre nicht möchte Hau ab No comment No comment Da gehst du voll auf Risiko Und wirst dann echt noch Bestraft Danke Spiel Go go Die 100.000 Alter Walter Das hätte sich nicht mehr gelohnt Die letzten 20 Meter Da zu dürfen Mit 40.000 Ich bin viel zu schnell unterwegs Ich bin viel zu schnell unterwegs Zwei dicke Drifts Einfach nur Voll Verkacke So jetzt haben wir die 30k mit können Wieso geht der denn von Hatte ich schon gesagt Dass ich dürften hassen Ich glaube ja Ich glaube schon Das ein oder andere Mal Glück gehabt Ja 190.000 Versammt Woanders Natürlich hat man vorhin 100.000 100.000 Jawohl Drift King Das ist König Und ich war es Inkompetent Sprachbarriere Inkompeten Toll Hätte ich vielleicht einfach nur bremsen Anstatt noch irgendwie Versuchen zu lenken Boah Audi Ist gut jetzt Ich brauche nur noch 40k Punkte Und ich brauche nur noch ein bisschen weniger Und das war es aber noch nicht Doch Das war es Jetzt müsst ihr mir mal Verraten Wie ich hier auf der Strecke Noch irgendwie 200.000 Punkte Vorhin eingehen Hätten Müssen Ohne Spaß In der Theorie müsste ich jetzt irgendwas In die 400.000 Punkte Aber In der Praxis habe ich nicht ganz so viel Und nochmal 30k mitgenommen Wir haben es gemacht Irgendein scheiß Titelbild Wirklich In der Also So Wir fahren auch eben zum nächsten Rennen Dann mache ich hier schon mal First Cut Okay Den First Cut Ist ein bisschen was kürzer Aber wie gesagt Ich muss gucken Wie ich mich aufnehmen kann und die folge muss halt heute noch hochgeladen und gerendet ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe es hat spaß gemacht kommentare et cetera wie immer in die kommentarbox unten ansonsten hoffe ich dass ihr morgen bei der nächsten folge wieder einschaltet danke fürs zuschauen und ich sage einfach mal schauen und ich sage einfach mal